Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie wissen, es gibt seit zwei Jahren den Vorwurf der WKStA, ich hätte im Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt. Der Grund, warum wir alle heute hier sind, 100 Journalisten, habe ich gehört, im großen Schwurgerichtssaal und uns mit den Aussagen im Urschuss von vor drei Jahren auseinandersetzen, ist, ein Zusammenspiel aus Politik und WKStA. Es waren die Abgeordneten im Urschuss, die mich nicht nur befragt haben, sondern danach auch gleich Anzeige erstattet haben. Und es war die WKStA, die ein Strafverfahren eingeleitet hat. Meiner Meinung nach mit dem Ansatz, jede meiner Aussagen, immer wenn es die Möglichkeit gab, sie in zwei Richtungen zu interpretieren, in die für mich nachteilige Richtung zu interpretieren. So wird zum Beispiel auf meine Aussage Nah auf ein Nie nicht ein Widerspruch, so wie ich es gemeint habe, sondern ein Nein, eine Verneinung und somit eine Falschaussage. Ich bin, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, nicht der erste und vermutlich auch nicht der letzte Politiker, der in so einer Situation ist. Ich kann Ihnen aber nur sagen, dass insbesondere mit jetzt fast zwei Jahren Abstand, als Familienvater, als Unternehmer und fast zwei Jahren nicht mehr Politiker, es sich doch sehr fragwürdig anfühlt, dass dieses Zusammenspiel stattfindet. Und ich halte es persönlich für sehr bedenklich, dass es immer mehr zum Trend wird, dass versucht wird, mit Anzeigen und Gerichtsverfahren irgendwie Politik zu machen. In Summe bin ich sehr zuversichtlich. Ich weiß, was ich im U-Ausschuss gesagt habe. Ich weiß, dass von der WKStA meiner Meinung nach versucht wird, es immer für mich negativ zu interpretieren. Und ich hoffe doch auf ein faires Verfahren und darauf, dass am Ende des Tages sich diese Vorwürfe auch als falsch heraufstellen. Bis dahin, danke, dass Sie diesen Prozess kritisch begleiten. Und ich werde Sie sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder über meine Sicht der Dinge zumindest auf dem Laufenden halten. Vielen Dank. Herr Kurz, was ist denn, dass das Gericht und das Gericht ausgenäht wird, die der Hauptbahn im Rohr, um den man vor Prozessen bekommt? Ich verstehe nicht, wieso man das so interpretieren könnte. Ich habe die Rollen ganz klar beschrieben. Es gab einen U-Ausschuss vor drei Jahren, in dem ich von Abgeordneten der Opposition befragt wurde. Das ist ihr gutes Recht. Ich habe dort versucht, wahrheitsgemäß zu antworten. War auch mit dem Vorsatz dort, dass ich die Wahrheit sage. Und die Abgeordneten haben danach Anzeige erstattet. Das ist das gute Recht dieser Abgeordneten. Ich halte es trotzdem nicht für die beste Facette der Politik. Dass die Staatsanwaltschaft einen Strafantrag geschrieben hat, ist das Recht der Staatsanwaltschaft. Aber es ist doch wohl schon mein Recht als Beschuldigter, meine Sicht der Dinge darzulegen und zumindest kundzutun, wenn ich der Meinung bin, dass meine Aussagen falsch interpretiert werden und mir die Worte im Mund verdreht werden. Ich kann schon nachvollziehen, dass man ein Na auf ein Nie auch als Nein interpretieren kann. Es war aber nicht so gemeint. Es war als Widerspruch gemeint. Und ich kann ehrlicherweise nicht nachvollziehen, warum es jedes Mal gegen mich interpretiert wird. Das ist etwas, was die Staatsanwaltschaft anscheinend tun kann. Aber wo am Ende des Tages ein Gericht entscheiden wird, ob das auch rechtmäßig ist oder nicht. Ich kann kurz sein, dem Vosgar die Aussagen überschließen. Ich habe enfin einen Vorschlag zumHzerausher. Ich habe kurz Bridge auf Luft aufladen, durch das Gew Safari für die Bescheidung. Ich kann kurz sein, lieber vor. Ich habe prime Inst Netzwerk ein frem Boarder hier, Leeuhoff, myags Kultze, Ich kann kurz sein, lieber Sodoch ausladen. Ich bin ein Büros と-L agiert rauslassen. Ich brauche Sie grand Forsele die verföpent 여�liner Kultze.